Das sind so die gängigen Alibis gegen die Betätigung im Internet. Und ob du dich gewerblich im Internet betätigst oder nicht, das liegt im Wesentlichen bei dir. Und wenn du beruflich im positiven Sinn gut ausgelastet bist, dann ist alles wunderbar, zumindest wenn die weiteren Rahmenbedingungen für dich eben auch passen. Und passen aber gewisse Rahmenbedingungen nicht? Arbeitest du zum Beispiel mit Kolleginnen, mit Kollegen zusammen, mit denen du gar nicht zusammenarbeiten magst? Stimmt die Arbeitszeit nicht? Stimmt das Gehalt nicht? Oder wenn du selbstständig bist, deine Einnahmen? Hast du keine Lust mehr, nach der C-Krise wieder ins Auto zu steigen, in den ÖPNV, um ein paar Dutzend oder vielleicht sogar 100, 200 Kilometer weit, zu deiner Arbeitsstelle zu fahren, zu Kunden zu fahren und, und, und. Dann ist vielleicht jetzt der passende Zeitpunkt gekommen, dir das bewusst zu machen, um dich vielleicht allmählich mal zu orientieren, zu informieren, um dich allmählich vielleicht neu auszurichten. Früher war es so, man brauchte eine Website. Im Regelfall braucht man einen eigenen Blog und, und, und. Und? Okay.